Da unten kannst du auch irgendwie laufen. Guck, da ist auch irgendein Weg. Schau. Hm. Da. Das ist bestimmt Camino Real, wie sie es hier nennen. Wo wir, also so wie sie früh halt lang gelaufen sind. Aber sowas finde ich immer muss man aufnehmen. Mit Foto kannst du es nicht wirklich festhalten. Auch mit dem Film nicht wirklich, aber schon besser. Ja, man sieht halt die Berge oder halt die Nachbarn.